Das war alles erwartet und deswegen kam den Wahlkampf über die Situation, dass die Mehrheit... Da müssen wir bitte jetzt die andere Grafik nehmen. Genau, wenn wir jetzt mal gucken, wer die Wahl sind für ein Schwarz-Gelb... 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Pisa-Koll! arrive at stake in der Nah Krystyrelse patch wird zeigt winning Rahabenz alles nicht. huis saiba THAT color Dann wählen mit Sicherheit die Überhangmandate. Volker Kauder und Peter Struck, konkrete Themen ja nicht zu sprechen. Das erzielt mit Ihrer Wahl in zwei Ziele. Und es ist ein gutes Ergebnis. Sie hat die Wahl. Er macht gar keinen Sinn, jetzt über Köpfe zu lassen. Eine vernünftige Politik macht zum Beispiel eigentlich aus. Und wir haben sehr gut drauf. Der Schiff muss sich in der Hoffnung. Die Verschiebung hat im Parteien-Systeme die Kleinen deutlich angewachsen. Das könnte es gut drauf. Aber wir fahren mit den Bildern, Man kann die Hände in das Hände nachdem man die Hände überstehen. Vielen Dank.